Millionen von Kunden und Konsumenten weltweit vertrauen Henkel. Wir bieten führende Marken und Technologien aus drei Geschäftsbereichen. Und stehen für ausgezeichnete, nachhaltige Lösungen. Wir haben eine gemeinsame Vision und Werte, die uns leiten und eine klare Strategie für unsere Zukunft. Mein Name ist Mark Whaley. Ich bin Projektmanager in einem unserer Standorte für Adhesive Technologies in den USA. Unsere Produkte sind meistens unsichtbar, aber sie machen einen großen Unterschied. Mit unseren Klebstoffen bieten wir Konsumenten und Industriekunden maßgeschneiderte Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Von Flugzeugen, über Autos, bis hin zu Mobiltelefonen. Mein Name ist Aurelia André. Ich bin für das internationale Marketing einer unserer Top-Beautycare-Marken verantwortlich. Gemeinsam mit meinen Kollegen arbeite ich an Marketingstrategien für unsere innovativen Produkte, um unser Geschäft erfolgreich weiterzuentwickeln. Mit unserer Leidenschaft und Leistung unserer Produkte wollen wir Konsumenten weltweit begeistern. Mein Name ist Monsef Bahoumi. Und ich arbeite als Leiter der Forschung und Entwicklung in unserem Innovationszentrum für Wasch- und Reinigungsmittel in Dubai. Wir entwickeln erfolgreiche Innovationen, weil wir die Wünsche und Bedürfnisse unserer Verbraucher genau analysieren und in die Entwicklung unserer Produkte einbeziehen. Das ist ein Schlüssel für den Erfolg und unser Wachstum in Schwellenländern. Henkel ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen globalen Team und einem klaren Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. Wir sind der weltweite Marktführer in Atesive Technologies. Wir haben führende Positionen in Laundry & Homecare und Beautycare in vielen Märkten rund um die Welt. Unser Erfolg basiert auf innovativen Ideen und starken Marken. In einer sich dynamisch verändernden Welt leiten uns eine klare Strategie, gemeinsame Werte und unsere Vision.